hallo ihr lieben heute mal mit mikro dann ist glaube ich der ton besser ich habe mir natürlich viele gedanken gemacht um das video das ich gestern gepostet habe und es sind keine neuen gedanken und gleichzeitig habe ich das gefühl es wird zeit mal ganz deutlich auszusprechen was uns immer so unsere berufung vergällt denn das ist natürlich nicht unsere berufung selber ach so wenn du mich nicht kennst ich bin susanne hühn lichtarbeiterin innere kindtherapeutin ich habe sehr sehr viele bücher geschrieben ja egal ich will einfach damals anknüpfen wo wir gestern aufgehört haben und es gibt ein paar dinge die werde ich jetzt hier einfach mal laut und deutlich aussprechen wie viele das sind weiß ich noch nicht ich werde es im nachhinein dann wissen und wird es dann natürlich auch im titel schreiben aber so ein paar dinge die uns als engel das leben hier unten auf der erde unglaublich schwer macht und die so nicht sein müssten also die frage ist letzten endes wie verderben wir uns selber den spaß und das werde ich jetzt einfach mal ganz klar und deutlich sagen das erste ist wir dürfen kein geld für unsere arbeit nehmen ich frage mich wer diesen bullshit sich ausgedacht hat ich lese das immer wieder ja die 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 gaben sind ja von gott gegeben und deshalb dürfte man ja für lichtarbeit für heilarbeit für bewusstseinsarbeit kein geld nehmen ich frage mich wirklich ernsthaft wie man auf so einen schwachsinn kommt und ich meine das ganz 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 ernst ich kenne niemanden zu keiner zeit jemals der von licht und luft und liebe gelebt hat und nicht von irgendjemanden gesponsert war wenn du keiner glaubensgemeinschaft angehörst die auf irgendeine weise geld eintreibt zum beispiel durch steuern durch abgaben durch ablassbriefe und sonstigen rahmen wenn du also nicht von irgendjemandem gesponsert wirst oder ein partner hast der das geld für dich verdient dann frage ich mich wovon willst du dann leben die idee wir dürften für unsere arbeit kein geld nehmen ist ganz 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 toxisch denn damit verdirbst du dir selbst den spaß und das kommt dazu du nimmst den menschen die möglichkeit dich wert zu schätzen glaub mir ich bin seit 1990 in der energiearbeit unterwegs seit 1990 ich will gar nicht ausrechnen wie viele jahre das jetzt sind so ich habe alles durch von ich nehme sehr sehr wenig geld dafür über ich nehme sehr viel geld dafür jede einzelne diskussion jedes mal bei einer preiserhöhung der aufschrei immer von denen die sowieso nicht kommen zu keinem preis und was ich immer wieder festgestellt habe ist wenn du zu billig bist wird es nicht wert geschätzt so einfach ist das dann wird es nicht wirklich umgesetzt ganz einfach ganz einfach außerdem noch mal noch mal wir müssen es überhaupt nicht rechtfertigen wir müssen es gar nicht erklären wir brauchen überhaupt keine gründe dafür es gibt keinen einzigen vernünftigen grund keine grundlage für die idee wir dürften für unsere arbeit kein geld nehmen dafür gibt es kein vorbild überhaupt keins denn wie gesagt entweder du hast früher in vergangenen leben der glaubensgemeinschaft angehört dann wurde die aus steuern finanziert oder du bist von irgendjemandem gesponsert worden oder du lebt es in einer zeit als es noch genügt hat dir die früchte und alles was du gebraucht hast aus dem wald zu holen ja also konntest du wirklich dich selber versorgen also das erste ist bitte bitte schlagt euch nicht ständig gegenseitig um die ohren ihr dürftet kein geld dafür nehmen das verdirbt uns nur die freude wirklich denn auf der anderen seite erlebe ich es immer wieder dass wir todunglücklich darüber sind dass wir starke innere impulse haben was willst denn eigentlich du mein kätzchen dass wir starke innere impulse haben für irgendwas und können es nicht umsetzen weil uns das geld dazu fehlt was soll denn das bitte sein und dann kommt noch was dazu lichtarbeit bedeutet bewusstseins arbeit licht auf die erde zu bringen bedeutet bewusstsein auf die erde zu bringen wie kannst du das thema geld mit bewusstsein erfüllen wenn du es vermeidest das ergibt ja überhaupt gar keinen sinn entweder du hast dir so genial manifestiert dass du ein partner hast in erbe hast sonst irgendwas hast dass dir einfach alles finanziert wunderbar oder aber du hast dir manifestiert dass du dich um diesen bereich kümmerst und mit deinem bewusstsein erfüllst und dein bewusstsein vor allem in diesem bereich auch entwickelst so das ist das eine thema geld ja wartet mal ganz kurz das was du da suchst ist da nicht das ist da nicht meine katze glaubt es wären leckerlis aber es ist einfach nur das normale trockenfutter das da sowieso offen rum steht das zweite thema ist retten müssen koabhängigkeit ja zwangsbeglückung wir sind hier auf der erde um bewusstsein zu bringen licht ist gleich bewusstsein nicht um alles heil zu machen dann wären wir keine engel angulus botschafter sondern wir wären zauberfeen die mit ihrem zauberstab alles in ordnung bringen könnten glaubt mir wie unendlich gerne wäre ich das schon oft gewesen ich bin schon drüber verzweifelt eben nicht wirklich heilen zu können ja sekunde mal schatz es ist gut jetzt gut jetzt das was du hier willst ist nicht das ist es nicht entschuldigt bitte ich jetzt auch anhalten können aber ich habe gestern ein video gemacht und habe es angehalten in der hälfte und dann war es plötzlich am ende komplett weg so botschafter sind wir wir sind botschafter für das bewusstsein und am allermeisten braucht der mensch der du selbst bist diese botschaft des engels der du bist ja das bedeutet den einzigen menschen den du bitte retten kannst und darfst das bist mal du und ansonsten unterstützen wir menschen dabei in ihre eigene kraft zu kommen sich an sich selbst wieder anzubinden denn sonst werden sie von uns abhängig und es ist auch einfach vergebliche liebesmüh wenn du versuchst irgendjemanden zu retten der am ende gar nicht gerettet werden will und diejenigen die gerettet werden wollen die tun auch alles dafür was in ihrer macht steht und nehmen das was du zu sagen hast zu geben hast auch wirklich an das heißt dieses retten wollen dieses co-abhängig sein dich darüber definieren dass du für andere hilfreich und gut bist anstatt mit dir selbst in kontakt zu sein ist ein großer großer spiritueller und emotionaler burnout faktor kümmere dich bitte innig um das thema co-abhängigkeit ich habe da wirklich viel zu geschrieben und du findest hier auf youtube bestimmt auch jede menge videos zu diesem thema co-abhängigkeit bedeutet einfach ich bin davon abhängig dass ich das was ein anderer nicht für sich tut für ihn tue weil ich mich darüber definiere und spüre und bin dann natürlich ständig völlig verzweifelt weil es so nicht funktioniert weil wir nur menschen helfen können die sich helfen lassen wollen inklusive wir selber also ganz ganz wichtig das licht des bewusstseins das du auf die erde bringen willst braucht insbesondere der mensch der du selbst bist der nächste Bullshit der uns den spaß verdirbt an unserer berufung ist dass wir bestimmte dinge nicht fühlen dürfen ja wir sind das nicht wir sind das nicht wir sind jenes nicht wir sind nicht wütend wir sind nicht genervt wir sind ständig edel hilfreich und gut wir trinken keinen kaffee habe ich gestern schon gesagt und was für einen quatsch und und es ist das schlimmste halten uns das gegenseitig vor war wirklich wütend bin ich nie dann hast du ein kleines problem denn wutenergie aggression kommt aus dem wurzelchakra und ist zutiefst menschlich und sorgt dafür dass dein selbsterhaltungstrieb anspringt ich erlebe sehr sehr viele lichtarbeiter die sind irgendwie so bis sie so halb geerdet ja so vielleicht bis bis zum herzen und dann ist aber wirklich schluss weil sie mit dem menschsein in wirklichkeit gar nichts zu tun haben wollen warum nicht weil das menschsein bedeutet du hast starke gefühle du hast eine starke präsenz du hast eine starke grenze das ist eine wuchtige krasse energie dieses lebendig sein auf der erde dieses menschsein und damit wollen sehr sehr viele lichtarbeiter überhaupt nichts zu tun haben und ich frage dich wieder wie möchtest du das licht des bewusstseins auf die erde bringen wenn du selbst mit deinem eigenen menschlichen bewusstsein gar nichts zu tun haben willst mit deinem eigenen menschsein nichts zu tun haben willst und der weg ist niemals vermeidung nie der weg ist immer zu schauen okay angenommen ich bin jetzt wütend was ist es denn genau was mich so wütend macht denn wut bedeutet immer immer es wurden grenzen verletzt also welche grenze wurde denn verletzt wo habe ich es denn erlaubt ja oder wenn ich Kind war wo habe ich es einfach ja wo war ich wirklich dann an der Stelle das Opfer und wie kann ich das heilen deshalb mache ich so unendlich viele innere Kindarbeit nicht weil ich sage die innere Kindarbeit ist ist so 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 heilig sondern weil du nicht drum rum kommst deine Emotionen zu heilen indem du Selbstliebe Selbstmitgefühl entwickelst wenn du wirklich das Licht des Bewusstseins auf die Erde bringen möchtest ja also diese Idee wir als Lichtarbeiter als Engel als heilige Wesen dürften bestimmte Energien nicht fühlen bestimmte Gefühle nicht haben ist für mein Gefühl sehr hochmütig denn das bedeutet du bist irgendwie ein bisschen besser als ein Mensch ja und das wird dem Mensch sein gegenüber nicht gerecht denn die wahre Kraft die wirkliche Kraft als Mensch die hast du in der Wurzel in der Verbindung zu deiner eigenen Lebendigkeit zu deiner eigenen Kraft und wenn du bestimmte Gefühle nicht spüren darfst dann bekommst du an bestimmten Stellen nicht mit wo deine Kraft gefragt wird und zwar jede Kraft die Verteidigungskraft die Lebenskraft die sagt hier ist meine Grenze aber auch die Kraft die sagt hier öffne ich mich hier bin ich da hier lasse ich Nähe zu denn viele von uns erlauben sich nicht nur die Wut nicht zu spüren sondern auch nicht zu spüren dass wir eine tiefe Sehnsucht nach Liebe nach Geborgenheit nach anderen Menschen haben also diese generelle Idee du dürftest als der Mensch also als der Lichtarbeiter der du bist nicht all deine Gefühle spüren ist todlangweilig ich kann es nicht mehr anders sagen als es ist todlangweilig du sollst nicht in deinen Gefühlen verharren innerhalb deiner Gefühle um dich schlagen ich arbeite sehr gerne mit Medizinrat Gefühle sind hier das Wasser ja so hier ist deine Mitte hier spielt die Musik hier bist du verbunden mit dir und deiner Seele ja Wasser Gefühle es hat keinen Sinn dein Leben aus deinen Gefühlen heraus zu leben aber es hat auch keinen Sinn zu bestimmten Wellen zu sagen also ihr nicht ihr schlagt mir bitte hier nicht ans Ufer ja naja wer weiß was die alles mitbringen hm sag mal drei Sachen kein Geld verdienen dürfen koabhängig sein und bestimmte Gefühle nicht fühlen dürfen ich glaube das sind mir für heute die wichtigsten denn immer wenn ich mich in meinem Leben umgucke sind es die Dinge die mich am meisten verletzen nerven und die dafür sorgen dass ich mich in mich zurückziehe wenn man mich als den Menschen der ich bin infrage stellt und das gehört alles dazu hm kein Geld verdienen dürfen bedeutet du ja darfst keine materiellen Bedürfnisse haben du bist aber nun mal auf der Erde und wir haben uns eben auf dieses Geldsystem geeinigt und welches System auch immer du benutzen würdest selbst wenn es ein Tauschsystem wäre das Thema Mangel und ich darf nichts dafür nehmen würde sich dann eben einfach auf Süßkartoffeln übertragen ja das ist völlig egal es hat gar keinen Sinn das Geld zu verteufeln sondern es geht um diese innere Einstellung um diese innere Idee ich darf für das was ich gebe nichts nehmen ich möchte gerne an Sterntaler erinnern Sterntaler hat als sie gefragt wurde hast du Brot für mich hast du ein Hemdchen für mich hast du irgendwas für mich alles hergegeben aber als dann die Sterntaler kamen hat Sterntaler auch alle Sterntaler aufgehoben und genommen die hat nicht gesagt ich brech mir da mal so eine Ecke ab ja so den Rest lasse ich mal liegen oder weiß ich jetzt nicht habe ich eigentlich dafür genügend geleistet darf ich die eigentlich haben was ist denn wenn andere auch welche wollen nein es waren ihre Sterntaler und sie hat sie alle eingesammelt alle und zwar nicht als Belohnung dafür dass sie vorher alles gegeben hat so möchte ich das Märchen nicht verstanden haben sondern als ganz entspannten Fluss und Ausgleich zwischen ich gebe und ich nehme und selbst wenn es so wäre dass wir Sterntaler so sehen dass sie alles 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 hergibt wenn du dann deine Belohnung nicht nimmst weil du sagst naja ne also wenn ich ich sehe ja gierig aus ich sehe ja sonst irgendwie aus wenn ich das alles nehme dann stimmt der Ausgleich nicht und dann wirst du traurig und gräulich und fühlst dich als Opfer und wirst wütend auf die Menschen ja dieses nie gibt mir irgendwie einer was dafür naja hast du den Mut tatsächlich zu sagen das ist was ich dafür haben will ja sonst kriegst du es einfach nicht Ende der Ansage ich erlebe immer wieder immer 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 wieder die Menschen die wirklich zu mir kommen wollen die respektieren auch meine Preise und meine Preise sind ganz ganz einfach errechnet aus dem was ich hüte was ich zu zahlen habe jeden Monat und also abzüglich auch der Zeit für die Bücher die ich schreibe und die Anzahl der Stunden die ich leisten kann und das ist mein Stundenlohn so einfach ist das da gibt es überhaupt keine Diskussion ja ganz einfach mach dir die Mühe bitte dich mit Geld zu befassen mach dir bitte die Mühe ja da tut es richtig weh da wird es richtig blöd da geht es um Selbstwert da geht es um dieses Gefühl von darf ich das ja was ich gelernt habe über das Geld verdienen von einer großartigen Geldcoaching ist es geht nicht darum wie gut du bist sondern es geht darum wie gut du es aushalten kannst dass dann Leute schreien du bist zu teuer wie gesagt ich habe das bei jedem Preis erlebt und wenn ich was kostenlos rausgebe kommt mit Sicherheit in den in den Kommentaren dann bitte noch mehr davon als würde es nicht reichen ja also es reicht am Ende nie und deshalb darfst du für dich entscheiden ja was du wie raus gibst so einfach ist es und wenn wirklich jemand in Not ist wirklich in Not und du möchtest ihm gerne helfen na dann hilf ihm doch halt ja das ist doch dein Business deine Regeln so und nochmal Kurabhängigkeit ja wenn du dich darüber definierst dass du andere rettest verdirbst du dir den Spaß denn da kannst du nur scheitern dass du dich darüber definierst ist es scheitern Angulus Botschafter wir botschaften nicht wir retten ja wenn du dich als Retterin als Retter inkarniert hast dann dann hast du eine andere Energie und selbst da wenn sich jemand nicht retten lassen will ja oder das Seine nicht dazu beiträgt dann ist es so als ob da ein Bergsteiger ist und du rennst der hängt da in der Wand und du wirfst ihm das Seilzeug zu und er ist aber nicht bereit die Schritte dann auch zu tun es anzuziehen sich die Mühe zu machen sich da hoch zu hieven ja oder er ist dann halt eh sowieso schon bewusstlos dann braucht es die Bergrettung okay ja aber meistens suchen wir uns die Leute ja von denen wir hoffen wenn wir ihnen nur ein bisschen was geben dann geben sie uns irgendwann mal irgendwie was zurück anstatt zu denen zu gehen von denen wir spüren die wollen das auch wirklich die wollen es auch umsetzen die wollen was damit machen also bitte nochmal Co-Abhängigkeit bitte 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 und das dritte ich sag's jetzt doppelt ich weiß es ne ist wirklich hört auf euch gegenseitig zu erzählen was ihr fühlen dürft und was nicht ich bin mal auf die Kommentare gespannt ja ihr dürft selbstverständlich alles fühlen denn ihr seid Lichtarbeiter und damit seid ihr hier um Bewusstsein in das Menschsein zu bringen und ich sag's jetzt mal so wenn Gott nicht wollte dass es bestimmte Gefühle gibt dann hätten wir sie auch nicht du kannst immer alles lichtvoll und im Schatten sehen und lichtvoll sind deine Gefühle dann wenn du sie als Wellen nimmst die an dein Ufer schlagen und die dir was sagen wollen ja wenn du natürlich hier drin ertrinkst und um dich schlägst und deine Gefühle ja für bare Münze nimmst im Sinne von ich bin meine Gefühle und ich tue alles um meine Gefühle nicht zu spüren ich agiere quasi aus der Schmerzvermeidung heraus okay dann wird es schwierig aber darum geht es nicht das ist nicht so gemeint also darum geht es einfach nicht ja wir leben unser Leben bitte hier aus der Mitte Geld ist übrigens hier in der Erde ja Tatkraft ist hier im Feuer und hier oben sind deine Gedanken deine Überzeugungen und deine Visionen so ihr Lieben diese drei Dinge finde ich am schwierigsten kein Geld verdienen dürfen retten müssen und nicht alles fühlen dürfen das wow wenn wir das weglassen könnten hätten wir schon unfassbar viel gewonnen und vielleicht auch wieder viel 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 mehr los ich feiere dich bitte verdien Geld damit so viel wie du willst bitte hab all deine Gefühle bitte rette dich selbst kümmere dich zuerst um dich und dann um andere ich bitte darum der Mensch der du bist braucht den Engel der du bist am aller aller allermeisten rette bitte nicht andere statt dir okay so ich glaube ich glaube mein Wort zum dritten Oktober ist hier mit gesprochen und ich bin gespannt auf eure Kommentare ich habe ein bisschen Angst vor euren Kommentaren muss ich mal ganz ehrlich sagen eben wegen diesen drei Dingen ja so das macht aber nichts ich stehe einfach jetzt mal hier und sage so ist es Ende der Ansage danke fürs Gespräch bis na gehst du mal aus hier bis ganz bald dr atau ieur ganz bald sagen genau dr serge